Russisch feiern Die WM 2018 findet so in Russland statt, und Russen sind besonders für ihre Trinkfestigkeit bekannt. Tipps, wie sie richtig mit den Gastgebern feiern und nicht unter den Tisch getrunken werden. Fußballfans sollten sich nicht wundern, wenn Russen ihnen zunächst zurückhaltend begegnen. Viele Russen brauchen zwar oft einige Zeit, um mit Fremden warm zu werden, sind dann allerdings sehr herzlich und offen. Kennt man sich besser, wird Körperkontakt in Russland großgeschrieben. Herzliche Begrüßungen mit Umarmungen sind auch unter Männern üblich. Der Abstand zwischen Gesprächspartnern ist deutlich geringer als bei uns üblich. Wundern Sie sich also nicht, wenn Ihnen Russen im Gebrech näher kommen und Sie gelegentlich am Arm berühren. Russen sind für ihre Gastfreundschaft bekannt. Werden Sie in Russland zu jemandem nach Hause eingeladen, ist das eine große Ehre. Meist werden vor dem Betreten der Wohnung im Flur die Schuhe ausgezogen und sie bekommen im Gegenzug vom Gastgeber Hausschuhe. Daher am besten darauf achten, dass die Socken keine Löcher haben. Gern gesehen sind Gastgeschenke. Einheimische freuen sich besonders über hochwertige alkoholische Getränke, Pralinen oder Blumen. Bringen Sie Blumen mit, sollten Sie jedoch unbedingt darauf achten, dass Sie eine ungerade Anzahl überreichen. Eine gerade Anzahl Blumen schenkt man üblicherweise zu traurigen Anlässen wie beispielsweise einem Todesfall. Russen sind neben ihrer Gastfreundschaft natürlich auch für ihre Trinkfestigkeit bekannt. Besonders Wodka wird in Russland in großen Mengen getrunken. Fußballfans müssen schon einiges vertragen, um damit halten zu können. Ein Tipp, um es mit den trinkfesten Russen aufnehmen zu können, nehmen Sie zwischendurch fethaltige Speisen zu sich. Die gehören zu einer Feier in russischer Gesellschaft mit immer gefüllten Gläsern meist im Überfluss dazu. Nach den ersten Gläsern können Sie, ohne unhöflich zu wirken, eine Pause einlegen. Schenken Sie, wenn Sie danach ein weiteres Glas mit trinken möchten, den Wodka an alle aus. Wer sich nur selbst einschenkt, gilt mitunter als taktlos. Wollen Sie hingegen lieber ganz auf Wodka verzichten und den Gastgeber nicht verärgern, können Sie gesundheitliche Probleme vorschieben, aufgrund derer Sie keinen Alkohol trinken dürfen. Was Sie wissen sollten, Trinksprüche gehören zu jeder Feier dazu. Den ersten Trinkspruch übernimmt meist der Gastgeber. Im Laufe der Feier wird aber auch eine kleine Rede vom Gast erwartet. Hier können Sie beispielsweise den Gastgeber loben, das kommt immer gut an. Danach kann dann wieder angestoßen werden. Prost! Liebe Leserinnen und Leser, Wir freuen uns, Sie ab dem 11. Juni in unserer neuen Community begrüßen zu dürfen, die wir bis dahin schrittweise einführen. Schon jetzt werden Sie vereinzelt wieder auf Kommentarbereiche stoßen. Wir wollen den Kontakt zu Ihnen vertiefen. Die Redaktion wird im Kommentarbereich aktiver sein, sodass Sie auch mit Redakteuren diskutieren können. Außerdem warten auf Sie viele Verbesserungen und neue Funktionen. Antworten auf Ihre Fragen und einen Überblick über die neuen Funktionen erhalten Sie in unseren FAQ. Leider konnten wir alte Accounts und Kommentare nicht übernehmen. Auch in der Zwischenzeit können Sie gern auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team A. E. F. J. K. P.